hey 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 ah hier ist ja auch noch welcher mann 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 hört denn das nie auf hier ich alter tonträger hallo du blöder ochse oktopus ist ja fast das gleiche hau doch jetzt mal hey 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 gibt's ja nicht das war wahrscheinlich sein Leben den wollte er verteidigen alter gibt's ja nicht krass boah da schwimmt er mir dort vor der Schaufel rum irre hier los ist so jetzt wird's dunkel jetzt sehe ich allerdings ein bisschen schlecht gerade aha da drunter ist auch noch welcher ok 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 äh Fackel, Licht, ja bringt ein bisschen was ich sehe sonst nicht viel weißt du ich sehe sonst wirklich nicht viel und da ist dann ein bisschen ein Problemchen ja das müssen wir alles noch mal ein bisschen mit heraustragen sonst geht das nicht so einfach ah da ist wieder so eine fürchterliche Strömung mit drin hier und cool so ja und wenn wir mit dem ganzen Käse dann endlich mal fertig sind hier können wir uns wieder auf zukünftige Sachen konzentrieren und die heißen alles andere als Leben so da ist übrigens noch welcher so weiß nicht das Wasser macht jetzt hier noch ein bisschen Rabatz gerade hoffe das fängt sich dann wieder das weiß ich ja überall was rausgerissen hat ne so aha nice so äh wie gesagt Helligkeit wäre jetzt nicht schlecht weil ich sehe im Dunkeln tatsächlich nicht so viel äh zwecks weiterer Lehmfelder wie flammen wir denn überhaupt jaa reichlich reichlich aber natürlich immer noch nicht genug ich habe hier noch was gesehen glaube ich ja naja nicht viel aber wenig so äh von hier hinten kommen wir da vorne waren wir ich glaube wir sind durch ne sind wir nicht hier ist auch noch was ach schön immer wieder eine Überraschung so ähm was ich festgestellt habe ich muss die nächsten let's plays mal wieder äh gleich früh am morgen aufnehmen da bin ich da bin ich irgendwie ein bisschen wortgewandter und wortgewandter als so gegen späten Abend weil wenn die Müdigkeit dann so einsetzt und so hm ja man redet so ein bisschen gemütlich ja und dort ein bisschen und da ein bisschen aber so der ganze Flashfaktor da fehlt da mir irgendwie ein bisschen selber da bin ich dann manchmal ja dezent von mir selbst enttäuscht weil ich immer sagen muss ja weil das ja vorgenommen wie minecraft zu spielen äh setzt ja einfach ein paar prioritäten aber vom sprachlichen her ist hier nicht viel los da muss ich einfach mal wieder früh um sieben anfangen da geht das noch ab hier wie schnitz katze das kannst du da wissen aha was haben wir hier schönes aha 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 oh ha wollen wir das jetzt ergründen hier oder nicht ich gehe einfach mal rein ich gucke mal wie groß die ist vielleicht ist es ja nicht ganz so eine große Höhle sondern nur so ein kleines Ablegerteilchen dann holen wir uns hier natürlich die Mineralien raus äh wenn es was größeres ist dann merken wir uns das hier auf jeden fall mal vor wobei äh ich mir jetzt nicht vorstellen kann das ist gerade ein bisschen blöd hier mit dem Licht wieder ich kann mir gerade nicht vorstellen dass es so gigantisch sein soll äh das ist hier nur gerade ein bisschen doof weil ja ich muss mir hier eine Treppe bauen na klar um hier mal ein bisschen ums Eck zu schielen hier geht es also nicht weit okay und auf der anderen seite geht es wieder nach oben wie weit geht es da nach oben wie weit geht es da überhaupt aha 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 oha ja ist ein bisschen größer jetzt als zunächst mal angenommen aber es ist Wasser warum ist hier Wasser vermutlich kommt man da oben irgendwo wieder raus ist jeder glaube ich auch nicht kommen aber auch nicht wirklich vom Fleck hier irgendwie rum alles klar da oben wird also wahrscheinlich der Ausgang sein den malern wir jetzt einfach mal kurz zu nur um hier halt mal zu gucken wääh so nicht so Licht bitte die dahinter war doch jetzt nichts mehr oder ach scheiße Wasser Wasser geh weg wääh da ist aber auch ich hatte mir eingebildet dass hier dahinter auch noch irgendwie was war aber okay nö ach lass mal so lassen wir mal unangetastet dann nehmen wir uns ein paar Mineralien hier mit raus das ist ja nicht schlecht wenn wir da ein bisschen was kriegen wieder wenn auch ein bisschen eingeschränkt weil wir hier sind wir ja nicht tief genug das heißt hier gibt es kein Redstone hier gibt es kein Lapislazuli hier wird es keine Diamanten und auch keine Smaragde geben genauso wenig wahrscheinlich Gold aber zumindest ein bisschen Silber und Kohle und das ist ja auch nicht gerade zu verachten ne da da ging es auch noch weiter oder eher nicht nö nur so ein Ansatz irgendwie das sah gerade so aus ob es da noch weiter geht aber geht nicht so Kohle Kohle ist in erster Linie immer gut hier hatte ich gerade noch irgendwie Eisen gesehen ach du scheiße ich habe tatsächlich keinen Inventarplatz mehr frei ohje das ist jetzt aber auch nicht so gell oh hier ist noch Eisen drunter ja ich habe keinen Inventarplatz mehr frei für die Kohle schlecht das heißt wir müssen erstmal irgendwie die Spitzhacke hier kaputt machen dass wir wieder Kohle aufnehmen können die lebt aber noch sehr lange da würde ich erstmal die hier nehmen weil die ist jetzt nicht mehr so langlebig glaube ich 4-5 Schläge und das Ding ist im Eimer so war jetzt ein bisschen mehr wie 4-5 Schläge egal wichtig ist dass ich die Kohle mitnehmen kann und hier nichts zurücklassen muss wenn ich schon mal hier unten bin in einer Höhle wo ich so schnell nicht mehr hin zurückkehren werde denke ich zumindest so dann nehmen wir wieder die angebrochene Spitzhacke hier für den restlichen Nippes ja geht es da oben jetzt auch noch weiter oder ist das jetzt nur noch so ein ach so oh da geht es auch noch weiter ach du scheiße oh fuck oh fuck das ist genau das was ich nicht wollte ok ciao ok 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 ok